Na hallo, lieber Zuschauer, lieber Zuschauerin. Mein Englisch ist nicht so gut, aber mein Deutsch ist besser. Na sowas. Na, acht. Es hat mir nicht, dass ich keine acht habe, sonst kotze ich. Danke. Oh, doch. Voll in den Gegner rein. Neun haben wir auch. Hier ist schon der Ausgang. Du hast nur so Axel vernichtet. Habt Dank, Sora. Oder vielleicht gebührt dir der Dank des Schlüsselschwirts. Wie ich mich danach sehne, esse man mir zu eigen zu machen und die Organisation zu unterwerfen. Komm auf den Boden der Tatsachen, Maluxia. Lass Namine frei. Du kannst nicht gewinnen, solange ich meine Hand über sie halte. Namine, lösche Soras Gedächtnis. Hä? Aber wenn ich das tue... Ja. Wenn du die Erinnerung zerstörst, die du eingepflanzt hast, dann kollabiert Soras Herz und seine Erinnerungen werden auseinandergerissen. Soras Herz? Kollabieren! Ich bevorzuge einen unversehrten Meister des Schlüsselschwerts. Aber selbst ein zerrissenes Herz kann sich erholen und Sora bleibt mein Sklave. Tu es, Namine. Lösch sein Gedächtnis. Nein! Sora hat mir vergeben, obwohl ich ihm verraten habe. Ich konnte ihm das Herz... Ich könnte ihm das Herz niemals brechen. Egal, was du mir tust, ich werde Sora nicht wehtun. Dann wirst du dafür bezahlen. Tu, was er sagt, Namine. Hm? Es ist mir egal, lösche meine Erinnerung aus. Sora, was redest du denn da? Und wem soll ich denn... Was? Um wen soll ich mich denn kümmern, wenn du nicht mehr bist? Da bist du gut. Tu es, Namine. Lösche meine Erinnerung aus. Aber brich mir das Herz. Ich halte mein Versprechen. Ich werde dich beschützen. Sora. Ich brauche mein Gedächtnis nicht, um Aluxia platt zu machen. Genau! Auch wenn Sora alles vergisst, wir nicht. Wir müssen uns einfach für ihn erinnern. Mit den Erinnerungen der anderen kann ich nur wieder mein Herz und so... Genau, los! Du ignoranter Na. Wenn sie dein Gedächtnis ausspulöscht, bleibst du an der leeren Hülle. Dein Herz ist bar jeder Gefühle für was für Sorge. Genau wie lächerlicher Riku. Fälschung. Scheiß. Falsch gedacht. Bäm! Das kann doch nicht sein! Riku! Nein, nicht Riku. Ich bin bloß das Haustier eines anderen. Aber du bist eine leere Hülle. Man hat dich allen beraubt, was in dir war. Was war schon in mir? Mein Herz und Körper sind eine Fälschung. Aber es gibt etwas, das man mir nicht wegnehmen kann. Auch, wenn es so eine Lüge ist. Ich werde den Armini beschützen. Ja! Aber ich habe mich gestoßen. Wenn das Besprechen nie real war. Es war mein Versprechen. Du gehst zu weit. Du würdest dein Herz also in Ketten falsche Erinnerungen legen. Deine Freiheit deines Herzens aufgeben. Bäm! Boah, sieht das episch aus. Du wendest dich von der Wahrheit ab, weil dein Herz schwach ist. Du kannst mich nicht besiegen. Natürlich kann ich! What the hell? Ich habe noch nicht einen Treffer gelandet. Okay, nimmst du jetzt mal Schaden oder was? Dann bin ich auflockt. Brot manuscript mein Held. Wenn du da auf dem Osten ging, denn da. D exploit mir! Erinnerungen werden lassen. Und die Ver história, oder wenn du das machen nur sehrけigst. Hier! 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 Ich hab keine Null mehr. Mann, schieb dir den Rosenblätter doch in den Arsch, man! Klasse Cloud, fast getroffen. Wie hab ich das denn als kleines Kind gemacht, man? Den hab ich doch auch irgendwie down bekommen. Hier! Falsche Richtung, Simba. Aber gut, das ist sicherlich gut gemeint. Was mach ich denn da? Das ist es! Wie hab ich das denn früher hinbekommen? Da muss ich ihn gar nicht so downhauen. Wie der Typ mag... Ich muss schon wieder leveln. Bis 99 oder so. Sonst krieg ich das Spiel echt nicht durch. Kann doch nicht sein, dass ich ein Part weiterkomme und den anderen nicht. Geht nicht. Hier! Hier! Huh! Huh! Hmm. Außerdem ist ein Ticken zu schnell für mich. Huh! 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 Das wird nix. Tut mir leid, Leute, wieder für den verschwendeten Part. Ähm, aber man muss es einmal gespielt haben, um zu wissen, wo seine Schwächen sind. Oder nicht? Ich hab nicht mal... Doch, ein Balken hab ich runterbekommen, ne? Hm, ich kann nicht gehen.